Willst du meine Familie ficken, huh? In mein Haus einbrechen? Nur ein Scheißklaut, huh? Weißt du, wer ich bin? Weißt du's? Ein Mächtigernkönig in einer winzigen Burg. Du nix freunds! Und du bist Lucky Quints Schoßhund. Fick dich! Fick dich! Ja, ja, ich kenn Typen wie dich, du Wichser! Selbstgerechte Weltverbesserer! Hab euch dutzendfach vom Schlachtfeld getragen! Ah, deine Familie wird dich schon wiederbekommen! Vielleicht Stück für Stück, huh? Und wenn ich fertig bin, sind sie wie die Nächsten! Hast du Frau und Kinder? Brüder und Schwester? Du fickst meine? Ich fick deine! Fatsche! Es wird niemand herkommen, um den traurigen Arsch zu rennen! Dein Schafschütze ist raus! Hahaha! Die Bullen trauen sich nicht! Scheiße! Hier ist raus, bin ich Polizei! Du wirst allein sterben, Mann! Bring den Scheißkerl um! Nicht wahr, nicht wahr! Ich bin fertig mit dem Scheiß! Wie ist der Bastard um uns herumgekommen? Fang nie Krieg mit einem Soldaten an! Du denkst, wir sind Freunde! Wir labern ein bisschen! Ich werd mir all deine Dateien nehmen! Die ganze harte Arbeit! Weg! Das Merlot ist ein schickes Hotel! Ein Haufen reicher, weißer Ficker mit viel Geld! Du weißt es von mir! Irgendwann wirst du es auch weiter erzählen! Geheimnisse werden verraten! Eine Menge Leute sterben sogar für diese Geheimnisse! Das ist der Fluch der Macht! Hahaha! Oh, wir machen hier keine Geschäfte! Du wolltest kämpfen, Pierce! Spielen wir es zu Ende! Ich hab noch nie verloren, Pussy! Ich hab noch nie verloren, Pussy! Wenn ich mich hier kommen soll! Ich hab noch nie verloren, Pussy! Ich hab noch nie verloren, Pussy! Irak beschützte einen Haufen Erpressermaterial. Aber er wollte noch mehr. Er wollte das Video aus dem Mellow. Er hat es nie gefunden. Hm, die Viceroyes werden sich neu formieren. Ein neuer Anführer wird kommen. Und Bad Bug? Er hat die Chance auszusteigen. Hoffentlich ergreift er sie. Du machst eine Menge Lärm. Aber machst du denn auch Fortschritte? Ich weiß, was ich tue. Du musst mich nicht überwachen. Das glaube ich doch. Als Team waren wir immer stärker, das weißt du. Keine Schwäche, das zuzugeben. Mal ehrlich. Ohne mich hättest du die Daten nicht. Und du hast sie, oder? Ja, ich hab alles. Ich will Nicky. Mein Gott, es war richtig, dich zu involvieren. Siehst du, wir waren das. Jetzt bring sie mir. Direkt. Keinem anderen. Wie geht's denn? Was brauchst du? Was Bestimmtes, womit ich dir helfen kann? Komm gerne wieder, meine Damen und Herren. Umsecurity noch mehr. Zuments kятся users. Bis zum Beispiel werifeln müssen Sie. Was immer enth даnt in Erlen. Bambouw 1300 Euro. Die Nähtze. Wir wollen das. photons like たora. Wie Moyfrei. Das war's für heute. Das war's für heute. Einzelne hat Dreck am Stecken. Dreckige Korps, der Klab, gierige Mogule, sogar stadtbekannte Gutmenschen. Irek wollte die ganze Stadt erpressen. Was ist das? Auch vom Server? Ach, Teufel auch! Da heckt sich einer rein! Wir werden alles verlieren! Halt ihn auf! Jetzt! Was machen wir? Das Signal zurückverfolgen. Wenn wir die Quelle finden, können wir seinen Zugang abschalten. Beheilung! Ach, komm schon, Mann! Die reinste Malware-Flut! Ich kann ihn nicht lochen! Der Deaktiviert unser Schutzprogramm! Ich weiß nicht wer er ist, aber wenn ich tippen müsste, sieht es nach Defaults Handschrift aus. Der schäbige Hacker lässt sich anheulen. Aber er ist gut. Was hast du getan? Wie ist er reingekommen? Was? Die tun mir immer die Schuld? Da, wer ist der? Das ist der. Default. Der Drecksgerald. Clara, wer ist das? Er scheint dich zu kennen. Ich weiß nicht. Ich spiel's ab. Es war gar nicht schwer, sie zu finden. Zwei Männer. Einer ein Hacker, der andere ein Fixer. Wenn ich mich nicht irre. Hab vorher nie von denen gehört. Ich kann das erklären. Ich wollte es dir sagen. Gute Arbeit. Die Namen bitte. Haben Sie vorhin was anzutun? Wann hat sie das je interessiert? Ich bin sicher, die Summe ist zufriedenstellend. Damien Brinks und Aiden Pierce. Aiden? Da klopft einer an. Clara. Aiden, ihr versucht uns den Scheiß zu löschen. Wir müssen ihn schleunigst rausschmeißen. Aiden! Komm schon! Tiefschuss hochziehen! Ich drehe den Saft ab! Aiden! Wer war das? Wer hat das bevor? Wenn ich's wüsste, würde ich sagen. Das spüre ich. Es tut mir so leid. Geh mir aus den Augen. Kannst du's finden? Ja. Bin schon dran. Dieser Mist. Komm schon, Mann. Mach hin! Mist! Wo willst du hin? Der Scheißkerl hat uns die Mutter aller Viren geschickt. Er hat alles kopiert, was wir hatten. Und von unserem System gelöscht. Er weiß genau, wie er uns abschalten kann. Ich muss den Backup Tower rebooten. Ohne den? Kein Default. Kein Default. Keine Damm. Ich gehe. Nein, 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 nein. Ich gehe. Ich mach mir gern mal die Hände schmutzig. Weißt du was, Aiden? Du wirst wohl Damien. Eine Weile hinhalten müssen. Mit dem komm ich schon klar. Ich ruf dich an, wenn ich fertig bin. Viel Glück, Amigo. Oh, Red Boy hat ein Fehler gemacht. Oh, Red Boy hat ein Fehler gemacht. Diesim Killer. Oh, Red Boy hat ein Fehler gemacht. Ich muss 행ern. Mirчно muss ich her. Wie weiß nur das bei mir ist, aber wie da Menspieler kommt. Das macht den Kron ó Zeindruckt, Ich werde die 중국 Schubli risonf겼 Zahl. Was für ein Spiel er auch spielt, dieser Default. Er bringt Niki in große Gefahr. Er geht mir mächtig auf den Sack. Aber jetzt muss ich Damien hinhalten. Wo bist du? Vor einer Minute macht es Versprechungen, dann nichts. Kein Piep. Dieses Mal treffen wir uns. Persönlich. Wie altmodisch. Hast du denn etwas für mich? Wir reden. Oh Aiden. In dem Fall sag ich den Ort. Wie altmodisch.